Hey, Ostras! Schön, dich zu sehen! Wie geht's dir? Okay, kommen wir zum Punkt. Mein Tipp. Die Smart Home-Kamera Circle2 Wire3 von Logitech. Das Coole ist, sie ist kabellos und der Akku hat bis zu drei Monate. Das heisst, du kannst sie dort herstellen, wo du willst. Bei mir zu Hause checken sie sich, dass Jeffrey im Garten bleibt. Du kannst so einstellen, dass du eine Benachrichtigungen bekommst, sobald sich bei dir zu Hause etwas bewegt. Und, wie findest du? Sweet!